hallo liebe leute hier ist der beneter mit dem manfred im knochenkleid und der jünter der ist wieder irgendwie keine ahnung wo wir wärmen uns auf oh moin leute hilfe hilfe ja komm mal her hilfe weiß kommt mal mit kommt mal mit da unten ist holz guck mal lieber selber die geht richtig steil ist ein bisschen rein entspricht ich bin fast tot sie ist tot sie ist tot ich hab sie 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 ich krieg die auf ordentliche punkte hat einer medikamente hier medikamente mani 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 oh da kommt noch so ne was ist das für ihn noch oh noch so ne latscher ey warte mal kaputt da oben war noch einer mennas da ja da ist auch also jetzt gesagt guckst du ruhig so leute ja wieder viel zu aufreden so das ist noch irgendeiner am schreien oh so wir müssen leichen finden hier muß ein leichenberg's tag sein hinter euch noch mehr hinter euch noch mehr da kommt das ding junge junge hier sind deine irgendwie da ist nicht ein generator mit licht und ding hier sind sind ein schwimm ding unter wasser war denn drehen wir mal sogar dahinten die sticht so hier ist was nicht sicher wieder was zum tauchen jetzt rein gut nacht damit wurde was ist hier los hier sind hier sind arme im wasser mein gott oh mein gott und fische da oben kommt man raus schon wieder nichts erkennen oh mein gott was hast du gesagt leichenhaufen brauchen wir ja ja ganz große leichenhaufen leute ich brauche eure hilfe jetzt muss ich erst mal die kommen die kommen nicht am zwirbel sagt ja wurde ich komme ein habe ich da und ich habe noch ein babys was babys willst du oder was ich bin schon wieder fast okay wir haben alle keine geschlechtsteile sowas ist ja nicht mit den löser aber von dir aus der familie hast du nicht gesagt du hast hier ist ein herz ich habe die kennt ihr diesen komischen youtuber in der bei kiffhäuser diesen mcbarnus hat auch kein herz das liegt glaube ich hier guck mal da ich verwutet stein kaputt dass sie gesehen man um grinsen aber jetzt mal ohne scheiß wie lange geht denn deine dreck deine dreckische taschenlampe das ist doch nicht normal warum weil ich meine nur lehrer aus wo ist denn meine taschenlampe am ganzen batzen batterien ne ey gib mal ihn ne tut mir leid die sind nicht wiederauflagbar du ey leck mich leid ich kann dir nicht gehen wieder gib her auf ja warte wo bist du denn hinter dir achso ja warte ey jetzt hast du selber batterien nein doch nein ich hab doch gesehen nein aufgeladen äh unten war auch noch ein weg Männer sollen wir vielleicht mal unten lang gehen ja hier geht es wieder hoch hier ist nichts mehr ja lass mal nach unten gehen da unten waren auch noch ein weg wahrscheinlich in irgendeiner großen Halle muss das sein bestimmt unten am fluss die karte die karte sagt was sagt was oh lol die sagt ja nicht was guckt euch das mal an hier ist noch ein weg hier ist noch ein weg oh 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 leute Hilfe hier sitzt wieder einer in Gollum ein ein veneder ach keine sorge mach ich selber warte mal wir müssen noch hier lang hä so komm mal mehr guck jetzt so da geht es jetzt da geht es guck jetzt hier mal weiter wir gehen jetzt hier mal weiter warte hier ist noch mal wasser ja aber dahinten geht es hoch ah jo geht denn hier im wasser irgendwas da wird nicht da wird nicht eh ne so kann man hier steinchen aber dahinten war doch noch ein weg oder bin ich jetzt weiß ich nicht guck doch mal auf die karte junge ja guck doch selbst auf die karte du hast da selbst die karte ja guck doch mal drauf das meine schade das ist noch ein weg mann ja da geht es da geht es doch nach oben oh da bin jeder bin jeder ja 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 daneben war noch ein weg ich muss nicht auf den zenser ich ziehe das immer das ding da aus oder dahinter sind die babys wieder passt auf leute einmal ist platt oh jetzt sind noch mehr oh 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 ich wollte deine zippeln nuckeln ich brauch muttermilch ich hab schon wieder kein leben gehts hoch da oben hängt aber einer wo hängt einer ich geh mal nach oben wir sind kalt annie was machst du da oh oh pfff was war das denn was ist das was ist das blöse geht es ja auch noch wieder hoch da sind wir bald wieder draußen wenn es so weiter geht das ist nicht richtig glaubt es mir ach ich weiß ja nicht ich kenn mich hier nicht aus richtig da muss es noch eine große halle geben das liegt mir doch auf der karte also auf der karte ist bei mir nur kurz mal eingezeichnet ja ja der mann hat recht hier oben kommst du raus wieder ruhig zurück ah jetzt schon wieder passiert der mann hat recht ich zeichne jetzt schon wieder hin runter ja da komm ich schnapp gleich runter Junge runter Junge ja jetzt kommt ihr mal mit ihr lutscher ja so warte ich trink mir jetzt erstmal nur schnapps was trinkst du wieder ja ich muss was trinken damit meine lebensenergie wieder hoch geht ich werde dich ertragen zeig mal wo du deinen weg gesehen hast da ist bestimmt wieder nix da ich spiel dir jetzt am popo rum muss doch jetzt hier runter gehen ihr müsst links weg gehen rechts weg da kommt wieder einer der war aber schnell der war aber schnell der war aber schnell der ist 2 3 einer ist platt einer ist platt darfst du gut ist das noch einer da kein leben mehr hab ich alleine frag den Frecker komm da runter Junge passier's jetzt aber richtig hart runter es ist jetzt hier ruhe und zwiebel und jetzt hier und hier oben schon da sind wir da glaube ich eben ja aber da daneben hier daneben ist doch noch ein gang mensch ist ein kleiner tümpel muss man darum darunter tauchen wahrscheinlich ja sicher da waren wir doch schon nein hier warte noch eben da hinten gekommen hier ist ein kleiner mann die ganze mit seinen taucheranzug hier rum rennen oh ja hier tief unter leute ja da waren wir doch schon da waren wir schon drin weiß nicht ich gehe mal gucken da wieder da ganz steil runter oh mein gott hier geht es wieder hoch wo sind wir denn hier auch hier waren wir schon ja warte mal der lässt aber trotzdem mal zurück in den großen dings gehen ja großen dings denn in die große halle ach so dann ist das nicht ja hier sind wir doch gerade dazu überhaupt karte lesen nur wenn man hier wenn ihr doch mal kein feuerchen hier sagt die karte jetzt sind wir hier aha so wir sind eigentlich einen großen raum ja da ist doch unter dem ist doch noch was eingezeichnet noch mehr wir sind doch hochgelaufen direkt zu der alten aber du konntest da unten noch wo was machen wo ich sehe ja jeder rechts runter genau da jetzt ihn los das stimmen von hier kommen wir oder warte da geht doch rein hier kommen wir zu essen dann liegen medikamente hier ist unser essen ja hat recht dann laufen wir einfach mal die medikamente klaut so laufen wir hier weiter hier wollen wir noch nicht oder weil hier geht es ja runter hier geht es ja darum nicht immer runter jetzt hier ich muss der taucher ausziehen oh ja wenn das das ist gut und auch hier ist ein buch leute buch gefunden auch das habe ich schon ein taschenbuch der dunkle behaarte man das ist der mani roten köpfe wo ist das buch das haben wir schon oh leute hier sind schon mal berge von blut blutberge oh hier sind schwimmringe jetzt müssen wir alles gut durchsuchen hier hier ist ein boot leute hier war drin oh guck mal die ist denn cola dynamit alles meins oh hier noch mehr dynamit china schnappt es euch solange es noch frisch ist da ist wieder eine zeitung und statt hätte ich ein buch so beneath the limestone und eine kassette ich habe eine kassette gefunden habe ich alles schon da muss doch jetzt irgendwo hier muss doch sein lass mich auf der karte gucken mal mehr entdecken wir haben mehr entdeckt es geht aber noch weiter glaube ich hier geht es hoch da geht es hoch wir müssen auch hoch ich will mal gucken auf der karte müssen wir hoch hier ist es geht aber noch ganz steil hoch du da oben hängt aber was da hängt da hängt aber ein ganz komischer typ oh ja was tat denn den habe ich aber noch nicht gesehen der ist abgestürzt oder das ist ein bauarbeiter guck mal ja der ist auf der ist aufgehängt ey alter ich habe mich zurück gelassen komm doch mit hab das seil ich habe vielleicht noch untersucht he mein popo hier ist wieder eine große höhle wenn ich nur in einer höhle bin das nützt du mir gleich aus dann gehst du mir mal kackern ach so ok komm oh hier ist ein see was ist das hier hier sind zelte und koffers ah wieder flares nur und hier ist wieder irgendein oh was ist das denn oh leute hier können wir schlafen und und dinges machen und hier ist warte so hier können wir uns mal aufheizen oh ja das ist ja mit der karte jetzt aus so dann ist doch schon mal ein ganzes schönes stück ob wir da wieder entdeckt haben so hier ist Geld ne elektroteile so wie kann ich denn das äh wie ist ein großer Teich die du du ist da aktualisiert oh ich fühle ich denn da das felsgear das ist durchgestrichen jetzt hier geht er noch wieder hoch also noch mal hoch ich kletter mal hier hoch hier ist ein seil guck dann mal äh da oben nichts ja 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 oben du ich habe schwer Hunger du oh das geht ganz weit nach oben leute das geht ganz weit nach oben scheiß scheiß die mein hinterstau also hier ist wirklich nix mehr nass also im wasser ist nix das ist jetzt uns gründlich erkundet worden wo geht das hier hin wo geht das hier hin aha aha so komische licht dann jetzt da hier geht das wieder hoch und hier oben ist ein Loch da sind wir draußen okay das glaube ich äh batterie noch mal rein ich würde mal sagen wir machen erstmal polis genennte oder ja weil irgendwie äh kommen wir hier nicht weiter dann geh ich hier schlafen ich auch ja wartet dann äh komm ich runter wieder ja was ist kann es sein dass da was war wo wir reingekommen sind ne aber das war mindestens auch so hoch ja liebe leute wir lehren uns jetzt schlafen guckt bei den anderen vorbei und ihr müsst uns jetzt unbedingt ne Flaschenpost schicken wie es weiter geht weil wir kommen nicht weiter ne decken fest Leute decken quasi alles drauf ja also wie gesagt lasst ein Däumchen da schreibt unbedingt was rein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bis dann tschüss tschüss